Die amerikanischen Börsen sind in der vergangenen Handelswoche auf Tauchgang gegangen. Wie sieht es mit dem deutschen Markt aus? Wird er folgen oder können wir uns hier bald wieder auf steigende Kurse ausrichten? Mehr dazu heute im Blick auf die Woche. Ja, immer dann, wenn ihr mich an dieser Stelle hier seht, dann wisst ihr schon, Marius ist mal wieder auf Reisen. An diesem Wochenende hat er ein verlängertes Wochenende in Malaga eingeschoben, Spanien. Meines Wissens nach ist er gerade auch auf dem Rückweg schon, wird morgen hier zurückerwartet im Handelsbüro in Verl. Und aus diesem Grund seht ihr mich jetzt heute hier beim Blick auf die Woche und starten wir direkt rein mit dem S&P 500. Generell heute soll es darum gehen, die US-Märkte, die sind in der vergangenen Woche so ein bisschen abgetaucht, muss man ganz klar sagen. Und die spannende Frage ist jetzt ja wirklich, wie sieht es denn mit dem deutschen Markt aus? Der deutsche Markt war gerade seit Oktober ja so ein bisschen das Zugpferd hier im Blick auf die Woche für uns. Und wir wissen ja auch, dass der markttechnische Aufwärtstrend im DAX zuletzt auch unterbrochen wurde. Und da stellt sich jetzt für den einen oder anderen vielleicht die Frage, wenn die amerikanischen Märkte schon abtauchen, wie sieht es denn dann mit dem deutschen Markt aus? Darum soll es heute so ein bisschen hier gehen. Hier sehen wir jetzt also den S&P 500 und es wird auch ganz deutlich, dass der Markt tatsächlich sich jetzt hier an dieser Stelle nicht oberhalb der 200-Tage-Linie weiter etablieren konnte, also festigen konnte, sondern dass er jetzt hier an dieser Stelle am Freitag dann noch einmal ein Stück weit tiefer abgetaucht ist. In der vergangenen Woche, ihr erinnert euch vielleicht, da war Mario oder da hat Mario den Blick auf die Woche an dieser Stelle hier aufgenommen, gemeinsam mit der Umkehrkerze hier, die allerdings am nächsten Handelstag dann direkt schon wieder negiert wurde, also für nichtig erklärt werden musste, denn der Kurs oder das Kursverhalten hat sich dann sehr stark nach unten entwickelt, so dass diese Umkehrkerze hier gar nicht zur Geltung kommen konnte. Wenn ihr euch den letzten Blick auf die Woche anschaut, dann hatte Mario dort Folgendes erklärt, hey, hier ist diese Umkehrkerze, kurzer, kleiner Körper mit einem langen unteren Schatten und wenn jetzt die Märkte Stärke zeigen können, dann ist die Wahrscheinlichkeit auf unserer Seite, sofern diese Stärke da ist, dass der Aufwärtstrend fortgesetzt wird, dass die Korrektur beendet ist. Nun, Börse ist kein Wunschkonzert und wir müssen nehmen, was auch da ist und jetzt eine Woche später stellt sich das Ganze ja ein wenig anders dar, denn diese Umkehrkerze hat sich leider nicht als eine solche entpuppen können. Wir sind zuerst hier nochmal an die 200-Tage-Linie herangelaufen, haben auch mehrere Tage versucht, hier eine Stabilisierung herbeizuführen. Auch hier wieder eine Kerze mit langem unteren Schatten, auch die von Freitag nochmal. Allerdings befinden wir uns jetzt schon klarer, deutlicher unter dem 200er EMA, unter der 200-Tage-Linie. So, was nun? Fassen wir also ganz kurz zusammen. Markttechnisch haben wir weiterhin einen Aufwärtstrend, so wie er hier in grün auch dargestellt ist. Wir haben eine Gültigkeitsmarke für diesen Trend mit dem Zwischentief, mit dem bestätigten Zwischentief vom 22.12. Solange der Kurs also nicht unter 3.764 Punkte geht, sprechen wir hier tatsächlich per Definition weiterhin von einem markttechnischen Aufwärtstrend. Nichtsdestotrotz haben wir diese Bewegung hier jetzt nicht vollziehen können, deshalb nehme ich sie auch raus an dieser Stelle. Die Umkehrkerze hat sich nicht bestätigen können, sondern wir sind nochmal eine Etage tiefer gegangen. Der Markt hier ist weiter abgetaucht und wir müssen jetzt zumindest auch damit rechnen, dass sich der Markt nach Möglichkeit weiter in diese Richtung orientiert und dann auch in Richtung dieser Kursmarke, dieses Zwischentiefs von Ende vergangenen Jahres. So weit ist es jetzt natürlich nicht, da ist auch noch ein bisschen an Weg zu gehen, bevor wir hier sind. Das sind nochmal 5%. Andererseits aber tatsächlich auf der Oberseite, um die Korrektur abzuschließen, das sind auch 5-6%. Also wir sind hier irgendwo tatsächlich in so einem Niemandsland und in diesem Niemandsland möchten wir jetzt nicht ruhigen Gewissens sagen, einfach Long positionieren sich hier, Long Titel aus dem Index raussuchen, sondern wir möchten tatsächlich erst abwarten und auf Stärke in diesem Index warten. Wir möchten tatsächlich, bevor wir hier wieder Long Aktien handeln, uns raussuchen, die Bewegung wieder zurück über die 200-Tage-Linie sehen. Wir möchten hier eine Stabilisierung sehen, bevor wir uns da Long wieder orientieren möchten, was unser Trading angeht. Ja, also die Großwetterlage, wie gesagt, der markttechnische Trend ist weiterhin aufwärts gerichtet. Allerdings haben wir eben jetzt gerade auch erstmal die 200-Tage-Linie nach unten verletzt. Sprich, der Kampf darum, diese zu verteidigen, ist erstmal verloren gegangen. Und da wird es jetzt spannend zu sein, wenn wir Stärke sehen, ob der Markt, ob der S&P 500 sich oberhalb jetzt festsetzen kann wieder oder eben nicht. Oder ob wir eben jetzt diese Bewegung nach unten sehen. Und dann gilt es sicherlich auch, die Short-Seite wieder verstärkt in Betracht zu ziehen. Ob das dann in diesem Index sein wird oder im Nasdaq 100, da muss man dann erstmal schauen. Denn wechseln wir auf den Nasdaq 100. Wir sehen hier jetzt tatsächlich, dass auch der markttechnische Aufwärtstrend im Nasdaq 100 weiterhin besteht. Und zwar bis zum Zwischentief hier vom 28.12. bei 10.671 Zähler. Das ist also auch noch eine ganze Ecke zu gehen. Da muss man jetzt einfach schauen, was wirklich passiert. Also momentan befindet sich der Markt eher irgendwo hier in diesem Bereich. Knapp da drunter. Und auch unterhalb der 200-Tage-Linie. Das heißt, wenn wir auch hier die Stärke sehen in dieser Woche und wieder über die 200 gehen und über diesen Widerstandsbereich, den ich eingezeichnet habe, dann kann es natürlich auch schnell passieren, dass die Korrektur beendet wird. Bisher ist die Korrektur von diesem letzten gültigen Hochpunkt im Trend bis zu diesem Tiefpunkt 7,5-8%. Das ist jetzt noch nicht so, dass es Bauchschmerzen, also für sich allein genommen bereitet uns das jetzt noch keine Bauchschmerzen. Das ist eine normale Korrektur. Aber eben im Zusammenhang damit, dass diese Unterstützungszone jetzt gerade wieder zu so einer Art Widerstandszone geworden ist und dass wir unter diese 200-Tage-Linie gegangen sind, auch per Schlusskurs nachhaltiger. Da ist natürlich die Gefahr gegeben, dass wir uns jetzt noch weiter nach unten einfach orientieren. Und da muss man wirklich schauen, in welche Richtung oder wie weit es dann geht. Wir haben ja auch vorher schon hier einen Korrekturtrend einzeichnen können, nämlich von diesem Hochpunkt aus zu diesem Zwischentief, zu diesem Zwischenhoch, jetzt eben dort runter. Wenn wir jetzt also tatsächlich eine Gegenbewegung nach oben sehen, die jetzt nicht allzu stark ist, die also keine wirkliche Stärke zeigt und dann dieses Abtauchen machen sehen hier, dann muss man auch ganz klar sagen, dass es dann möglicherweise sogar schon wieder Zeit für Short-Trading wird. Und dann vermutlich auch hier im Nasdaq, das ist tatsächlich unser schwächster Index. Wenn wir zusätzlich noch einen Blick auf das Sechs-Phasen-Modell werfen, das machen wir in unserer 90-Tage-Trader-Ausbildung auch wöchentlich mehrfach, dann wissen wir einfach auch, dass das Sechs-Phasen-Modell tatsächlich in dieser gesamten Aufwärtsphase seit Oktober nicht einmal grünes Licht gegeben hat. Der Nasdaq 100, also nach wie vor wirklich jetzt über viele Monate unser schwächster Index. Und sollte sich das Szenario hier bestätigen, dass wir weitere Schwäche sehen, kleine Korrekturen weiter abtauchen, dann dürfte es auch so sein, dass das Sechs-Phasen-Modell und der markttechnische Trend eben für Short-Trading spricht. Warten wir es aber erstmal ab, denn noch ist natürlich die Chance da, jetzt auch wieder recht zügig mit Stärke über die 200er-Linie zu gehen, sich wieder zu festigen und diesen markttechnischen Aufwärtstrend zu bestätigen, einfach fortzusetzen. Wir möchten es an dieser Stelle nur skizzieren, denn wir müssen das Bild so nehmen, wie es ist, den Markt nehmen, wie er ist. Und hier ist es nun mal tatsächlich in der vergangenen Woche dazu gekommen, dass die Schwäche da uns unter die 200er geführt hat. Und mit der nächsten Korrektur, die dann nach unten gehen kann, so wie ich es hier rot skizziert habe, wäre tatsächlich markttechnisch gesehen möglicherweise auch ein Abwärtstrend wieder drin. So, bevor wir zu der Trade-Ausrichtung kommen, was man denn dann tun kann, wenn die Märkte hier so ein bisschen schwieriger in der Großwetterlage auch zu analysieren sind oder klar die Richtung auszumachen ist, dazu soll es gleich noch ein, zwei Sätze von mir geben. Erstmal gehen wir aber auf den FDAX hier, um auch den deutschen Markt uns anzuschauen. Ihr seht hier auch den Aufwärtstrend, dass der insgesamt halt viel schöner, viel geradliniger vom Bild, rein vom Chartbild läuft, wie jetzt die US-Indizes, wie wir das in den US-Indizes gesehen haben. Und es ist halt so, dass der markttechnische Aufwärtstrend im Nasdaq 100 und im S&P 500 vorhanden ist und im DAX leider nicht mehr, denn wir sind hier an dieser Stelle tatsächlich unter das letzte gültige Zwischentief gegangen und haben damit den markttechnischen Aufwärtstrend zunächst pausiert und um den wieder aufzunehmen, brauchen wir zwingend einen neuen Hochpunkt. Wir müssen also über diesen Hochpunkt vom 9.2., nämlich bei 15.705 Zähler, da müssen wir drüber ausbrechen, dann wäre tatsächlich der Aufwärtstrend der Markttechnische direkt wieder da. Sechs-Phasen-Modell hier auch seit vielen Monaten oder seit vielen Wochen einfach schon auf der grünen Long-Phase. Das heißt, wenn das passiert, das wäre ganz schön, denn dann würden wir uns wieder verstärkt auf Long-Trading im deutschen Markt werfen. Und trotzdem muss man sagen, ist es natürlich auch möglich mit weiterer Schwäche im US-Markt auch, dass diese Seitwärtsphase, die wir hier seit zwei, drei Wochen sehen im DAX, diese wirklich starke Seitwärtsphase am Hoch, wir haben hier nicht mal zwei Prozent, glaube ich, zu diesem Hochpunkt, dass diese Seitwärtsphase natürlich auch nach unten verlassen werden könnte, wenn die amerikanischen Märkte in dieser Woche eben wieder schwach tendieren, schwach schwächer notieren werden, dann natürlich auch möglich, dass der DAX hier nach unten abtaucht. Dann, wie hier jetzt rot skizziert, auch eine Möglichkeit, dass er eben an diese 14.700er-Punkte-Marke läuft, an diese Unterstützungszone. Das wäre so ein mögliches Ziel auf der Unterseite. Die 200-Tage-Linie seht ihr ein Stück weit tiefer. Die befindet sich hier jetzt gerade im Bereich der 14.300. Jetzt muss ich mal schauen, genau 14.267 steht es hier, also in dem Bereich. Das wäre natürlich auf der Unterseite auch noch so eine Zielmarke, sind wir aber auch gerade noch recht weit von entfernt, wenn man das prozentual mal eben schaut. Das sind dann noch 7, 8 Prozent bis zur 200-Tage-Linie. Für den Moment sieht es einfach so aus, der FDAX, auch wenn der Trend nicht intakt ist, ist der stärkste unserer drei Märkte, einfach weil er sich wirklich auf hohem Niveau hier seitwärts nur korrigiert und wir relativ schnell mit noch ein paar Prozentpunkten nach oben wieder im Aufwärtstrend befinden. Und dann ist das sicherlich der Markt, auf dem wir auch verstärkt weiterhin Longtrades suchen wollen. Diejenigen von euch, die im Screening-Dienst aktiv sind, wissen auch, dass auf unserer Watchlist ganz überwiegend, ganz, ganz überwiegend Longtitel aus dem deutschen Markt zu finden sind. Wir möchten aber hier tatsächlich erst den Ausbruch abwarten, bevor wir in neue Trades eingehen. So, an dieser Stelle jetzt habe ich viel darüber erzählt, dass die amerikanischen Märkte unter die 200-Tage-Linie gegangen sind, dass der FDAX trotzdem recht stabil auf hohem Niveau nur korrigiert, also gute Chancen auch hat, nach oben auszubrechen. Ich habe eigentlich jede Richtung jetzt skizziert, aber was macht man denn jetzt als Trader? Wir wissen ja nicht, was kommt. Es gibt jetzt natürlich zwei Möglichkeiten, die die jetzt länger den Blick auf die Woche hier schon verfolgen. Die wissen das. Entweder man übt sich in Geduld und macht gar nichts und wartet eben darauf, dass dieser Ausbruch nach oben kommt oder dass wir nach unten eben einen Trend erreichen, wie es im Nasdaq skizziert wurde von mir. Das ist die eine Möglichkeit. Da müsstet ihr Geduld walten lassen und noch ein, zwei, vielleicht drei Wochen abwarten. Das kommt ganz darauf an, was die Märkte tun. Die Alternative ist eine marktneutrale Aufstellung. Eine marktneutrale Aufstellung, das bedeutet, dass ihr ähnlich viele Long-Positionen als Long-Trades offen habt, wie auch Short-Trades. Als kleines Beispiel könnte es ja sein, dass ihr aufgrund der letzten Wochen im DAX zwei Long-Positionen offen habt. Ja, zwei Long-Trades, die gerade laufen. Und ihr seht jetzt, dass es so ein bisschen schwächer wird und dass der Nasdaq 100 eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, dass tatsächlich ein Short-Trend ausgebildet werden kann. Also sagt ihr jetzt einfach, okay, ich möchte jetzt zusätzlich neben den offenen Long-Positionen, die ich habe, die manage ich ja eh ganz normal markttechnisch zu Ende, unabhängig von dem Großwetterbild. Ich nehme jetzt aber noch zwei Short-Kandidaten mit dazu und versuche hier einen Short-Einstieg zu erwischen auch. Das eine ist es ja, Short-Kandidaten auf die Watchlist zu nehmen. Das nächste ist es dann auch hier Setups zu finden, dass man wirklich einen Short-Trade eröffnet. Und sobald das eben geschehen ist, hättet ihr zum Beispiel zwei Long-Trades auf der einen Seite und zwei offene Short-Trades. Das nennt man dann marktneutral. Also diesen Stand dann, das würde man marktneutral nennen. Gleich viele Longs zu gleich vielen Shorts offen im Depot. Man kann auch drei Longs, drei Shorts haben. Man kann auch sagen, man hat drei Longs und zwei Shorts. Das würde eine gewisse Marktneutralität haben, aber das ist dann natürlich nicht ganz die Waage. Und das kann man eben machen. Das empfiehlt sich eigentlich für Händler, die schon ein bisschen länger am Markt sind. Und die da schon ein bisschen Fingerspitzengefühl auch dafür haben. Denn klar ist mit so einer marktneutralen Ausrichtung, man möchte jetzt nicht zehn Longs und zehn Shorts haben. Also das muss schon so ein bisschen sich die Waage halten. Man sollte hier nicht Vollgas marktneutral sich auch stellen, sondern das ist eher so mit angezogener Handbremse, sagt man so schön. So ein paar Kandidaten auf der Long-Seite, ein paar auf der Short. Das kann man schon machen, um einfach einen Fuß in der Tür zu haben. Wenn der Markt, wenn die Großwetterlage sich für die eine oder die andere Richtung wirklich entschieden hat, wenn der Markt jetzt zum Beispiel nach oben wegläuft, dann dürften die Short-Kandidaten sukzessive ausgestoppt werden. Wenn der Markt nach unten weglaufen würde, dann würden die Short-Trades wahrscheinlich ins Gewinn laufen, aber die Long-Trades würden ausgestoppt werden. Das ist so ein bisschen auch dieser Haken an der marktneutralen Ausrichtung, denn die Trefferquote nimmt in diesem Zeitraum natürlich ein bisschen ab. Ihr werdet auf der einen Seite wahrscheinlich, wird es zu vermehrten Ausstoppern kommen, dafür wird die andere Seite die sein, wo ihr den Fuß in der Tür habt, wo ihr dann schon richtig positioniert seid. Mit einem klaren Risikomanagement, mit klaren Stopp-Regeln, mit einem wirklich klar definierten Risiko kann man das eben machen und auch wirklich einen Vorteil aus diesem Verhalten ziehen. Wenn man das für sich noch nicht kann, noch nicht die Erfahrung mit sich bringt, dann empfiehlt sich eher diese Variante 1, dass man sich geduldig übt und wartet, bis wir hier ein klareres Bild vorliegen haben. Man kann tatsächlich in so Phasen auch sagen, marktneutral ist nicht so meins, ich widme mich eher dem Intraday-Trading, da ist diese Großwetterlage auf dem Tageschart gar nicht so wichtig. Oder auch News-Trading, zuletzt eine super Sache, da gab es tolle News, Fresenius Medical Care, BASF, Tesla hat mal super News-Trades, auch auf den unterschiedlichsten Zeiteinheiten in unserer 90-Tage-Trader-Ausbildung auch begleitet. Tesla war zum Beispiel ein Einstieg auf dem Stundenchart, Fresenius Medical Care hätte man da im Minutenchart was machen können, aber das setzt natürlich voraus, dass man hier schon eine gewisse Erfahrung mitbringt, dass man genau einen Plan hat für dieses News-Trading. Aber dann kann man diese ganze Großwetteranalyse, wie wir sie hier im Blick auf die Woche machen, für unser Brot- und Butter-Trading erstmal so ein bisschen pausieren, hier geduldig warten auf eine klare Richtung und sich mehr diesem News-Trading zum Beispiel widmen, alternativ eben auch die marktneutrale Ausrichtung, wie ich sie euch hier skizziert habe. Das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein, ich möchte hier gar nicht mehr sagen, wir schauen einfach mal im nächsten Blick auf die Woche, wie es da dann aussieht, vielleicht haben wir dann schon mehr Klarheit für uns, vielleicht gibt es dann schon gar keine marktneutrale Möglichkeit mehr, weil der FDAX zum Beispiel nach oben ausgebrochen ist und wir sagen, hey, da kann man wirklich tolles Long-Trading machen, 6-Phasen-Modell ist grün, markttechnischer Trend ist grün, hier wollen wir wieder Long-Trading machen, da brauchen wir auch keine marktneutrale Ausrichtung oder der Markt ist weiter nach unten weggebrochen, wirklich auch ein bisschen stärker, dann werden wir wahrscheinlich keine Long-Trades mehr eröffnen wollen, auch im DAX nicht, sondern uns mehr und mehr nur der Short-Seite widmen wollen. Vielleicht ist nächste Woche schon die eine oder andere Antwort da, die wir heute im Chart noch nicht sehen können. Ich wünsche euch erstmal einen super Start in diese neue Handelswoche, gute Trades auch mit diesem etwas schwierigerem Marktumfeld und sage alles Gute und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Tschüss!